Hallo, mein Name ist Andreas und wir haben bald Weihnachten und darum zeige ich euch ein paar Lieder an der Ukulele für Weihnachten. Zum Start für jemanden, der ganz am Anfang steht, kann man ein bisschen auch so ein bisschen schummeln, wenn man noch nicht die vollen Akkorde zum Beispiel greifen kann. Und da gibt es ein ganz tolles Lied, allerdings Schweizerdeutsch. Ich kann ein wenig Schweizerdeutsch, aber eigentlich spreche ich Deutsch und darum dürft ihr euch auch ein bisschen amüsieren an meinem Schweizerdeutsch. Dafür ist es aber leicht zu spielen. Das Lied heißt Bald, bald isch Weihnacht. Bald, bald isch Weihnacht. Heiligobig steht vor der Tür, es klopft. Klopft da wie dir und wie mir. Also wir haben immer diese vier Akkorde. C-Dur. Dann käme eigentlich ein E-Moll. Aber es wäre auch möglich, statt des vollen E-Molls nur den Zeigefinger zu verwenden. Und dann ist das wie ein C-Major. Aber es funktioniert. Also C-Balt, bald isch. Dann käme ein F. Wie Weihnacht. Und dann käme ein F über G. Das heißt, ich lasse den Zeigefinger, wo er war. Und wichtig ist aber, dass die höchste Seite auch getroffen wird. Denn die war vorher hier mit dem Mittelfinger gespielt. Das ist das F und dann F über G. Ein kleiner Unterschied. Ich mach's nochmal hier. Bald, bald isch Weihnacht. Heiligobig steht vor der Tür, es klopft. Klopft. Klopft da wie dir und wie mir. Bald, bald isch Weihnacht. Heiligobig steht vor der Tür, es klopft. Klopft da wie dir und wie mir. Genau. Also, viel Spaß damit. Und bis bald.